Willkommen, willkommen zurück hier bei Clive Barker's Yarricko und Demian Lück. Der braucht hier eine Menge Glück und Verstand. Verwenden Sie das Scrollrad? Umhalten, folgen? Oder... Wie lautet unser Plan, Leute? Sonst irgendwelche Befehle zu geben. Unser Plan lautet... Töten. Tod. Allem. Klar? Da! Oh. Was ist denn mit dem? Was ist denn? Was ist denn mit dem passiert? Auf die gelbe Pustel. Oh nein! Seid ihr alle... Seid ihr alle gut? Seid ihr alle gut drauf? Dann können wir ja weitergehen. Bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen. Kommt mal mit. Vorwärts. Das hört sich Lampen an. Läuft alles. Läuft. Ja, das sieht so ekelhaft aus. Geht mal vor. Kommt mal mit. Oh. Oh. Das ist kein menschliches Blut, Sir. Also zumindest der größte Teil davon. Aha, so gekostet oder was? Was ist das denn für eine Sauerei? Wo gehen wir eigentlich hin? Im Kreis? Was macht ihr denn? Wir gehen im Kreis. Hey, KI. Wir gehen einfach hier lang. Kommt mit. Wow. Wow. Ist mein System in Ordnung? Ja, ja, du bist in Ordnung. Oh, was ist das denn? Ich fange gerade erst an. Auf die gelben Pusten. Auf die gelben Pusten. Er ist erledigt, Sir. Ist das das? Boah. Gibt's doch nicht. Chuck, Chuck hat's erwischt. Paul, ich hat's erwischt. Wen hat's erwischt? Ja, komm, er ist. Komm, hoch. Paul. Zielobjekt neutralisiert. Ach so, du machst das? Nee, ich kann das auch machen. Komm, ich helfe euch. Ich bin... Oh, auf die Pusten. Oh, da kommt der Nächste. Nein. Wieso? Wieso hat es mich erwischt? Hilf mir hoch, ja. Was hast du denn gesehen? Ich bin verletzt. Oh. Huh. Ihr seid mir immer ein paar. Ihr seid mir immer ein paar. Oh, ho, 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 ho. Action, Jackson. Wo kommen denn die alle her, hier? Scheiß Viechter. Sie haben mich gefunden. Sie drehen den Buckel. Oh mein Gott. Paul, beeil dich. Muriel. Wo wird's, Leute? Im Laufschritt. Im Laufschritt. Ähm, wohin? Ich glaube, hier lang, oder? Verdammt! Sammelt euch! Jones, kannst du etwas fühlen? Allerdings, Sir. Und zwar nur Schlechtes. Oh, oh. Da, schau hin. Green. Muriel. Green. Schluck voll weg. Arnold Leach. Geheimname. Schwarzenegger. Weiß nur zu gut, welche Taktik das Jericho-Team verfolgen wird, um ihn zur Strecke zu bringen. Er weiß, dass sie die von Muriel Green gesammelten Daten dazu nutzen werden. Ihn ausfindig zu machen. Das wird er niemals zulassen. Okay. Arnold Leach. Lampen an. Oh. Oh. Hast du das gehört? Ja, ja, ja. Das ist gut, wenn es tot ist. Oh, mein. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Die halten ja echt zu viel aus. Es ist tot. Zumindest fürs Erste. Okay. Da kommt noch mehr. Oh. Kriege ich mal eine andere Waffe? Okay. Er hat seinen Kumpel gleich mitgenommen. Sehr gut. Da kommt noch mehr. Wie viel Munition braucht man denn für die? Ross. Ross. Roll explodiert her. Chuck. Was schießen wir denn? Das gibt's doch nicht. Was macht ihr denn? Sollen wir jetzt da runter gehen oder was machen wir? Pahnen. Ich hab halt keine Munition mehr. Oh. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Meine Fresse. Kommt mit. Wahnsinn. Dadurch, dass die explodieren, sind die natürlich doppelt so gefährlich. Aha. Muriel Green. Wo bist du? Wo lauft ihr hin? Kommt zu mir. Nein. Ihr lauft in eine andere Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Nein? Was denn? Ach, da kommst du endlich, der Gardo. Das wurde ja mal Zeit. Kommt mal mit, Jungs. Bleibt hier. Was gibt's? Wir rücken vor. Genau. Gehen wir. Kommt mit mir. Oh, oh. Muriel. Muriel. Sie ist. Oh, links. Ich hab sie hierher geschickt. Ich dachte, wir bräuchten Platz. Ich hatte Angst, jemand würde es herausfinden. Das könnte durchaus beträchtliche dimensionale Probleme verursachen, Sir. Sie sollten vielleicht besser rausgehen. Geh mal raus. Und wir gehen jetzt mal lieber hoch. Ross, wir kriegen Gesellschaft. Oh, nein. Oh, gleich drei. Oh, was ist denn das? Oh, dickes Viehzeug. Auf den Kopf. Auf den Kopf ziehen. Oh. Boah, flammendes Inferno. Ich fass es nicht. Oh, ho, 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 ho. Die Apokalypse ist nah. Ich habe die Datei gefunden, Sir. Ich bin jetzt in Ruhe. Puh. Oh, ho, ho, ho. Oh, was sind denn das für Viehste, ey? Das ist ja Wahnsinn. Also immer auch schön auf den Kopf. Einer kommt noch. Moment. Herr John Cole, hier draußen wird es immer heftiger. Mehr Munition. Eine Sauerei. Oh, oh. Da kommt zu nah. Da kommt zu nah. Meine auch. Was? Ach so, das fällt dir jetzt ein, ja? Ich weiß, was ihr das tut. Cole, was hast du für mich? Alkali liegt an einer Stelle, an der sich sieben Leilinien kreuzen. Leech hat diese Schnittstelle ausgemacht und ein großes Blutopfer dargebracht, um den dimensionalen Spalt zu öffnen. Ja, aber um ein Portal dieser Größe zu öffnen, müsste er tausende von Menschen töten. Die Bruderschaft zählt gerade mal ein paar hundert Mann. Völlig egal. Leech ist ein Tantrist. Hexer wie Leech bauen über längere Zeit negative Ladungen auf. Eine Karma-Bombe. Ganz genau, all die Schweinereien, die diese Perversen von der Bruderschaft über die Jahre abgezogen haben. Babys am Morgen, die Schule in die Luft jagen. Sie haben das ganze negative Karma nur für diesen einen Moment gesammelt. Wie konnten wir das alles übersehen? Das hört sich fast an, als seist du beeindruckt. Ich auch. Hexenkunst von solchen Ausmaßen. Dafür braucht es visionäre Fähigkeiten. Du bist doch krank. Ihr seid alle krank. Außerdem ist anscheinend gerade etwas dabei, ihn zu durchqueren. Ihr wisst ja, wie es läuft, Leute. Sammeln und Abmarsch. Äh, Munition. Hat jemand Munition für mich? Nein. Sammeln. Wartet hier. Was gibt's? Und? Folgt mir. Folgt mir. Schrei nicht so rum. Hier durch dieses Tor. Oder? Wer macht's auf? Wer macht das Tor auf? Die sind doch von hier gekommen. Na dann. Eher hier lang, oder? Immer noch stabil, Sir. Dann gehen wir hier hoch. Kommt mit. Gefährten. Des Glücks. Ah. Tragischer Verlust. Für die Rückkehr des Erstgeborenen hielten sumerische Mystiker stets sieben kriegerische Priester in Bereitschaft. Immer wieder wird dieser alte Orden in die Box gesandt, um sich dem Erstgeborenen zu stellen. Bisher gelang es jedem Team, den Spalt zu schließen. Aber. Tragischer Verlust. Okay. Da sind wir wieder. Hallo, ihr Lieben. Ihr kamt. Leech. Oh. Es ist dir ergangen, Devin. Hattest du schöne Träume? Ich mach dich fertig, du mieseste Dreck. Wir schließen den Spalt, Arnold. Entweder du trittst beiseite, oder wir töten dich gleich auf der Stelle. Mir ist beides recht. Mir auch. So machen wir das. Beim nächsten Mal. Bis denne dann. Ciao, tschüss. Herr Lück. Braucht Glück.